Also ich habe mich für die Cambio entschieden, weil ich einfach alle möglichen Ausbildungen in Wien verglichen habe und für mich gab es einfach bei der Cambio das allerbeste Preis-Leistungs-Verhältnis. Am besten fand ich die Mischung aus einerseits Theorie, andererseits Praxis und wie uns einfach die Kurstrainer diverse Techniken nähergebracht haben. Es ist unglaublich, was man so lernen kann vom Tag 1 bis zum Tag der Prüfung. Die Entwicklung war wirklich ein Wahnsinn, muss ich sagen, wenn man sich jetzt so die Modelle anschaut und die Modelle, die ich geschminkt habe. Und ja, also auch jetzt nach der Ausbildung ist es so, dass man sich eigentlich permanent weiterentwickelt, diverse Kurse besucht und ja, es einfach richtig Spaß macht. Mein Leben hat sich dahingehend verändert, dass ich jetzt einerseits natürlich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe und meinen Beruf noch weiter ausbauen konnte dadurch, weil es einfach die Visagistik noch super harmonisch ist mit meiner Selbstständigkeit. Passt super zusammen. Von daher habe ich natürlich auch mein Spektrum erweitert und auch die Möglichkeiten für meine Kunden. Und die Angebote sind einfach vielfältiger geworden für meine Kunden. Die Entscheidung getroffen zu haben, mit Cambio zu starten, bereue ich keineswegs, gar nicht. Es gab natürlich in der Ausbildung Hochs und Tiefs, ja, aber das ist, finde ich, ja auch genau das richtige Zeichen. Also man wird einerseits gefordert und andererseits gefördert. Also im Kurs sitzen ja teilweise Mädels, die jetzt noch nie geschminkt haben, bis zu Mädels, die schon sehr, sehr viel drauf haben. Und da, finde ich, war einfach die Mischung super und auch wie die Kurstrainer auf uns eingegangen sind.